Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 100 Jahren, drei Jahre nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie, wurde die NEWAG, die Niederösterreichische Elektrizitätswirtschaftsaktiengesellschaft, gegründet. Das war der Startschuss für die flächendeckende Elektrifizierung Niederösterreichs. Eigentümer waren Niederösterreich und Wien, sowie öffentliche und private Aktionäre. Die Aufgabe der NEWAG war der Bau von Kraftwerken und die Elektrifizierung bisher unversorgter Gebiete Niederösterreichs. Die Stromerzeugung erfolgte größtenteils aus Wasserkraft. Nach Kriegsende 1945 war das Ziel der NEWAG die Vollelektrifizierung des Landes. Im Alpenvorland in der buckligen Welt und im Waldviertel lebten damals noch zahlreiche Menschen ohne Strom. Mit der Verstaatlichung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft 1947 wurde das Land Niederösterreich Alleineigentümer der NEWAG. Durch den Bau neuer Kraftwerke hielt die NEWAG mit dem steigenden Bedarf an Stromverbrauch Schritt. 1986 wurde der niederösterreichische Erdgasversorger NEWAG mit der NEWAG verschmolzen. Heute besteht die NEWAG in anderer Form und unter anderem Namen als EVN AG, als Energieversorgung Niederösterreich. Als Ursprung der EVN gilt das für deren Stromversorgung errichtete Kraftwerk Wiener Bruck in den Ötschergräben. Die EVN ist der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger in Niederösterreich. Sie ist bis heute im Mehrheitsbesitz des Landes und hat ihren Hauptsitz in Maria Enzersdorf. Zum Energiegeschäft mit den Sparten Strom-, Erdgas- und Wärme kam im Jahr 2001 die Wasserversorgung durch die EVN Wasser GSMBH. Weitere Konzernunternehmen befassen sich mit der Trinkwasseraufbereitung, Abwasserreinigung, mit der thermischen Restmüllbehandlung, technischen Dienstleistungen und Telekommunikation. Die Unternehmensgeschichte der EVN ist ein wesentlicher Teil der niederösterreichischen Landesgeschichte. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.